Risiken sieht jeder anders. Sicherheit auch. Gute Unterhaltung bei Chefsache wünscht Ihnen die Dieter Mayer Versicherungsmakler GmbH. Herzlich willkommen liebe Zuschauer bei Chefsache. Heute wollen wir uns mal einem ganz ungewöhnlichen Produkt widmen und zwar der Welt. Nein, es geht natürlich nicht um den Erdball als solchen, sondern vielmehr um den Handel mit demselbigen. Warum? Naja, weil der Marktführer für Globus-Produktion aus unserer Region kommt. Heute das Thema bei Chefsache. Ein Kolumbus-Globus für jedes Heim. So lautete der Slogan 1909. Das Abbild der Erde zum günstigen Preis. Paul Oestergaard von Kolumbus machte es möglich. 1909 eine Innovation. Heute, 2015 die älteste noch produzierende Globus-Manufaktur der Welt. In Grauchenwies im Landkreis Siegmaringen geht's rund. Kleine Kloben, Kloben bis zu 65 Zentimetern und sogar Kloben im Glamour-Look kommen von hier auf den Markt. Ob aktuelle oder antike Kartenbilder. In der Kartografie am Computer scheint nichts unmöglich. Im Handkaschierungsverfahren werden die Kartenbilder dann von Hand aufgeklebt. Liebe zum Detail von Kopf bis Fuß. Armaturen gibt es auch in edlen Varianten aus Pellmuth. So glänzend können Marktführer aussehen. Aber was genau führte das Unternehmen Kolumbus eigentlich zu dieser Position? Über fünf Generationen gewachsene Erfahrung, Weltneuheiten wie freischwebende oder sprechende Globen? Oder macht vielleicht der Frauenanteil von 50% im Management Kolumbus-Globen zu einer runden Sache? Tja und genau das wollen wir heute herausfinden. Ich begrüße ganz herzlich im Chefsache-Studio den Geschäftsführer von Kolumbus-Globus. Herzlich Willkommen, Thorsten Oestergaard. Dankeschön. Ja, jetzt haben wir schon den einen oder anderen kleinen Einblick in Ihre Produktion gewinnen können. Naja, es ist ja schon ein kleines Wortspiel. Wie wird man Weltmarktführer in der Produktion von Globen? Ja, Weltmarktführer, ich bezeichne uns eher lieber als die Perle der Globus-Hersteller. Weltmarktführer ist so ein hochtrabendes Wort, aber wie wird man das? Wie in jeder anderen Branche auch. Nutzen Sie den Perspektivenwechsel aus der Sicht des Kunden und erfüllen Sie grundsätzlich mal die Erwartungshaltung des Kunden mit dem Produkt, mit dem Produkt Globus. Aber bleiben Sie nicht dabei, sondern übertreffen Sie das und begeistern Sie den Kunden. Für was braucht man eigentlich einen Globus? Man könnte ja auch sagen, die Information, die packe ich auf eine Karte fertig aus. Ja, so kennt man das auch noch aus der Schule. Aber grundsätzlich ist es so, dass mal sachlich gesehen eine Karte nicht wirklich stimmt. Also nur der Globus ist winkel-, flächen- und längentreu. Das heißt, auch nur der gibt einem wirklich einen realen Einblick darüber, wie die Kontinente zueinander stehen, wie groß tatsächlich Afrika gegenüber Europa ist. Und nur der Globus gibt Ihnen auch den globalen Blick. Aber das ist jetzt mal die kartografische Sicht. Aber darüber hinaus brauchen Sie natürlich auch einen Globus. Denn die Welt kommt heute mehr denn je in Ihr Wohnzimmer, über die Medien, über das Fernsehen, über das Radio. Das hören Sie jedes Mal in den Nachrichten, was passiert dort auf der Welt. Die Globalisierung ist in Ihrem Wohnzimmer. Und das nachzuvollziehen und auch verstehen, können Sie mit einem Blick binnen einer halben Sekunde auf den Globus. Sie sprechen gerade von den Veränderungen, die permanent auf der Welt natürlich zu sehen sind. Und es verschieben sich permanent auch Ländergrenzen. Wie gehen Sie denn in Ihrem Geschäft damit um? Ja, grundsätzlich müssen wir damit umgehen. Und grundsätzlich haben wir auch immer ein sehr offenes Ohr. Wir versuchen schon im Vorfeld Dinge zu erahnen. Aber natürlich, wie jetzt zum Beispiel mit der Krim-Krise passiert, müssen wir da einfach nur tief durchatmen. Also bei uns stehen noch für unseren russischen Kunden 200 Globen im Lager. Sogar mit Swarovski-Edelstein besetzt, die er jetzt uns nicht mehr abnimmt. Wie können Sie auf solche Situationen überhaupt reagieren? Ja, wir fertigen auch Globen nicht nur für Columbus, sondern auch für National Geographic, die auch immer ein sehr offenes Ohr dafür haben, was passiert in der Welt. Und natürlich werden die Globen dann in der digitalen Kartografie entsprechend angepasst. Wenn wir schon vorher wissen, in welche Richtung geht das. Und man druckt dann kleinere Auflagen, weil man es vermutet. Und dann wird die Grenzziehung relativ schnell in unsere hauseigenen Kartografie umgesetzt. Stichwort Digitalisierung. So ein Globus ist ja nicht mehr, ich sage es mal salopp, einfach nur ein Ball, den ich irgendwo hinstelle und der leuchtet da vor sich hin. Sondern heute ist das ja schon fast ein kleiner Computer, der mir diverse Möglichkeiten eröffnet. Was ist denn besonders gefragt? Ja, also die Columbus Globen haben schon den digitalen Spagat zur heutigen Zeit mehr als gelungen, kann man das bezeichnen. Denn sie können den Globus analog tatsächlich, wie sie ihn früher kennen, bei sich stehen lassen. Und trotzdem, selbst wenn er noch so traditionell hergestellt ist, mundgeblasene Kristallglaskugel, handgeklebtes Kartenbild, Rohmessing poliert, massives Nussbaumholz, ganz traditionell, ist diese Tradition, geht einher mit der Innovation. Denn nähern Sie sich der Kugeloberfläche mit einem Audio-Pen, mit so einem Audio-Digitalstift, dann hören Sie Informationen über die Länder, Sie können auch andere Kategorien wie Wissenswertes wählen, wo Ihnen einfach viel über das Land erzählt wird oder die Nationalhymnen abrufen. Aber damit nicht genug, ziehen Sie Ihr iPhone oder iPad raus und fahren nur einfach über die Oberfläche von dieser Kugel. Entsteht eine vierte Dimension, das heißt zwischen Kugel und iPad werden Bilder projiziert, ähnlich wie bei Raumschiff Enterprise. Da sehen Sie Sehenswürdigkeiten, da können Sie Wetterdaten abfragen, da sehen Sie, ob es gerade in London schneit oder in Tel Aviv 25 Grad hat. Da können Sie die Erde aufschneiden, die einzelnen Schichten sehen. Also die Möglichkeiten mit so einem Kolumbus-Globus sind schon enorm. Die Digitalisierung erlaubt ja auch eine unglaubliche Individualisierung. Und das heißt wiederum, dass ich mir sozusagen auch die Welt schnitzen kann, wie sie mir gefällt. Die individuelle Globenproduktion, was sind das für Kunden? Ja, auch das sind Kunden wie Sie und ich. Natürlich haben wir auf der einen Seite einen großen Bereich von Museen, die themenspezifische Globen brauchen. Die gehen dann bei uns in die Abteilung für Sonderanfertigung. Da gibt es dann die Bereiche, die eben Museen abdecken. Dann haben wir den Bereich Künstler, das ist auch interessant. Die wollen dann mal die Erde sehen mit einem erhöhten Meerespegel von sechs Metern oder so. Was ist dann noch alles da? Aber ich kann Sie beruhigen, Ravensburg und Krauchen, wie sie existieren da noch. Ja, wunderbar. Nichtsdestowenige ist es auch erschreckend, was dann tatsächlich nicht mehr da ist an der Landmasse. Und dann haben wir natürlich auch ausländische Kunden, die tatsächlich die politische Landschaft sich so gestalten möchten, wie sie ihrer Meinung nach auch richtig gehört. Das heißt, die stellen einfach die Länder anders dar, als ob sie sozusagen zu ihnen gehören würden. Ja gut, wem gehört schon was auf der Welt? Wenn ich das immer gefragt werde, sage ich immer, man soll auf diesen physischen Globus von Kolumbus zurückgreifen. Der zeigt die Welt so, wie man sie von Mond aus sieht. Dann sage ich hier, so, dem gehört das die Welt. Nämlich da sind keine bunten Grenzlinien drauf. Also dahingehend ist es eine Frage, ist es unanständig, wenn die Chinesen den Mount Everest zum Teil beanspruchen. Er steht ja letztendlich auf ihrem Gebiet. Den Konflikt Palästina-Israel, der ist jedem gänglich. Heißt es persischer Golf, heißt es arabischer Golf. Und dahingehend ist es so, wenn Sie jetzt sagen, ich möchte mir einen Globus einzeln anfertigen, deshalb kann man nicht sagen, dass der unbedingt falsch ist. Ob jetzt da Israel drauf ist, gerade im arabischen Raum oder nicht, das ist eine Frage. Ob in Indien, Pakistan, das Gebiet Kaschmir jetzt China zugeordnet ist, Pakistan zugeordnet ist oder Indien. Ich erlaube mir da weniger ein Urteil zu fällen. Ist es richtig oder ist es falsch? Also ich kann mir ja vorstellen, also so wie es geschrieben steht, so gilt es. Gibt es denn auch tatsächlich zum Beispiel Regierungen, die bei Ihnen anrufen oder anrufen lassen und versuchen darauf einzuwirken, wie der Herr Globus auszusehen hat? Bei Regierungen weniger, aber Botschafter, das gehört natürlich auch mit ein bisschen zu diesem Geschäft. Begründet wird das immer dahingehend, dass Kolumbus halt doch so eine Dominanz im Markt hat, dass wir automatisch meinungsbildend sind. Aber Kolumbus will nicht meinungsbildend sein. Also wir gestalten unsere Grenzlinien nach der westlichen Sicht, unabhängig davon, ob wir der Meinung sind, es ist persönlich, es ist richtig oder falsch. Wir stimmen das mit dem Auswärtigen Amt ab und so werden die Kolumbus-Globen in Serie gefertigt. Lassen Sie uns mal in die Kolumbus-Welt hineinschauen, sprich in die Organisation von Kolumbus. Das Interessante ja bei Ihnen ist, es gibt alles außer Hierarchien. Heißt das automatisch gleich Anarchie? Ne, das heißt es natürlich nicht. Wir haben eine sehr flache Hierarchie, also meine Person ist so primus inter pares, würde ich mal sagen. Wir arbeiten alle auf sehr partnerschaftlichem Niveau, heißt auf Augenhöhe und das gelingt eigentlich sehr gut. Jetzt habe ich mal gehört, einmal Kolumbus, immer Kolumbus. Das heißt, Ihre Mitarbeiter bleiben in der Regel bei Ihnen. Wie schaffen Sie denn das? Wir schaffen das dahingehend, dass wir neben einem super Produkt auch ein super Betriebsklima haben. Und dieses super Betriebsklima funktioniert deshalb so gut, weil Kolumbus sich dem Lebensentwurf des Mitarbeiters anpasst. Also für mich ist es offensichtlich, dass natürlich junge Menschen, die bei uns eine Ausbildung machen, andere Ziele haben und ein anderes Umfeld. Also wenn sie dann ein paar Jahre bei uns sind, gerade die Damen werden dann in der Regel schwanger, dann sind wieder andere Dinge, die im Fokus stehen, andere Arbeitszeiten da. Oder auch, wenn die Arbeitnehmer dann deutlich älter werden, dass auch dann die Eltern mal zum Pflegefall werden. Drunter nahe kann passieren, dass eine Arbeitslosigkeit vorherrscht und das Haus trotzdem abbezahlt werden muss und die Darlehen getilgt werden müssen. Und so bietet sich Kolumbus immer an zu sagen, das ist ein persönlicher Lebensentwurf momentan und den versuchen wir hier im Unternehmen abzugleichen. Und wenn Sie das jedem Mitarbeiter anbieten oder nahezu jedem Mitarbeiter dort, wo es möglich ist, da werden Sie erstaunt sein. Das federt sich immer aus. Also die Schicksalsschläge, die treffen alle von uns, unabhängig davon, ob männlich oder weiblich, alt oder jung. Das verändert sich und dadurch gleicht es sich natürlich auch immer wieder aus. Und herzlichen Dank für diese spannenden Einblicke. Thorsten Oestergaard, der Geschäftsführer von Kolumbus Globus, dem Weltmarktführer in der Globus Produktion mit Sitz in Grauchenwies in der Nähe von Sigmaringen. Liebe Zuschauer, ich hoffe, Sie konnten auch das ein oder andere mitnehmen. Ich würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder mit dabei sind. Und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Risiken sieht jeder anders. Sicherheit auch. Bis zum nächsten Mal bei Chefsache. Dieter Mayer, Versicherungsmakler GmbH. Dich, 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 Dich